Hallo, heute wollte ich weiterspielen mit Ghost Train und ich hatte mich schon voll darauf eingestellt, dass ich den kompletten ersten Tag normal spielen muss, aber hier ist tatsächlich ein Continued-Button. Das ist eine super Innovation, die ich gut finde und darum drücke ich jetzt einfach mal Continue und hoffe, dass es da Continued, wo wir aufgehört hatten. So, genau. Das heißt, wir müssten jetzt wieder bei der U-Bahn-Station sein und 25.7. Also hier ist schon mal nichts Gruseliges. Cat-Café. Lustige Interfarben. Lustige Cat-Girls. Hotel Takazuki. Jetzt sind wir noch ihren Augen, wie an Augen, wie an Augen. Jetzt sind wir noch ihre Augen heiß. Warum nicht? Achso, da jetzt. Okay. Ich drücke die ganze Zeit auf die Wand. Ich depp ich. Okay. Jetzt sind wir wieder hier. Was ist hier los? Uh, da steht eine Flasche. Domestos oder was? Kann ich das einsammeln? Nee. Kann ich mir die Hände waschen? Nee. Auch nicht. Hier vielleicht? Nee. Okay. Okay. Ich will hier einen Schneck. Ich nehm mal einen anderen Autobahn heute. Okay. Ich will hier einen Schneck. Habe ich jetzt, ähm. Nee. Habe ich schon wieder. Ausgetrunken. Okay. Dann müsste ich jetzt ja nur noch eine Zigarette drauf. Obwohl ich mir das ja eigentlich abgewöhnen will. Gott, ist gestern schon hier. Komische Ninja. V-Saft. Das hat so hier 1984. äh, Partei, äh, Anleihen, das Logo. Ist das der große Bruder? Ja, und bitte wählen Sie bei der nächsten Landtagswahlen Katze. Okay. 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 Wir werden die Flüge sicher 719-419-2012-1910-2011-231-2500-1021-2500-12000-2500-8500-2500-2500-2500-2500-2500. Ich suche die ganze Zeit, dass da irgendein geisthafte Gestalt erscheint oder sowas, da wo es flackert. Wahrscheinlich nicht. So, mal gucken, ob der scheiß Zug jetzt kommt. Das wäre ja schön. So. 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 Jetzt ist die Frage, ob ich jetzt auch wieder vorne eingestiegen bin oder ob ich tatsächlich woanders eingestiegen bin. Ich bin wieder an der gleichen Stelle eingestiegen, obwohl ich an der anderen Seite eingestiegen bin. Das kann man also... Okay, fährt wahrscheinlich nach Hause. She's here again. I'm not going to lie. There's a part of me that's comforted by her always being there. Maybe I should talk to her. Hey. Typically I wouldn't have the space to talk to anyone. But I feel that the eyes between us have broken. The eyes have broken. I guess it's thanks to last night's incident. Hey. Did you make it home safe last night? Yeah, unfortunately. Why? If it's okay with me, I'm all ears. Yes. Irgendwie ist es englisch merkwürdig. Thank you. But there's nothing to vent about at this point. It's too late. Hmm. I don't think there's anything late about... I don't think there's anything late about talking to someone about their struggles. No. It's too late. I'm sorry. It's been tough. And I'd rather not talk about it. Please forgive me. Okay. I'm sure you've seen me many times already, but I'm usually on this train. at this time. So, uh... Okay. I'll keep it in mind. Okay. Puppdi-pupp. So. Mal gucken, ob er diesmal an meiner Haltestelle hält. Das wäre schon mal ein Fortschritt hier. Aber ich glaube... Was? Ich wollte jetzt eigentlich was trinken, aber da steht jetzt... ein kleines Kind im Schlafanzug, okay? What the hell? What's a little girl doing here? A kid shouldn't be roaming around the train this late. Daddy? I am not your father. Hm, yeah, you look different. Hm, now you get better back to your dad. How about that? How about that? I can't remember where daddy is. I was chasing a cicada I saw in the window. And now I'm too scared to go back alone. Mister? Could you please come with me to find daddy? Either way, I can't let a kid be lost here alone. I guess I have new toys. Sure. Okay. Thank you, Mister. Warum kommt das Kind jetzt nicht mit? Hallo, Kind! Hey Mister! What is it? There's something I need to tell you. What is it? Well, I think I had forgotten how my dad looks like. How is that even possible? I think it's because he looks like any middle-aged guy. That's why I thought you were my daddy. Maybe. I think the only way is to talk to the ones that look like my daddy. Okay. Excuse me. Sorry to bother you. Do you happen to know this girl? What? Don't know. Okay. What is here up there? Let's go. Let's go. What the hell should I do here. Excuse me. I'm sorry to bother you. Do you happen to know this girl? Huh? No. Why? Looking for her parents? Yeah, she said she's here with her father. Es ist sehr schwer für so ein junger Kind zu sein. Was ist mit den Menschen? Gut Glück zu Ihnen! Entschuldigung! 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 Do you happen to know this girl? No, I don't. I thought you were her father. I saw her sleeping next to you. The wild time. This is the strangest thing I've seen in a while. Haha! There's nothing funny about it, Arsall. You think I'm doing this because I want to? Boopty boop! Excuse me! Do you know this girl? No. And? Don't talk to me. That can't be. Her father isn't even on the train. Could it be that he left her alone? What? No. 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 What? No. 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 We have no idea how to build your land. Can't be able to build well! Don't 말씀 with me, we must change in him, what? Ich wusste nicht, dass du ein Vater war. Nein, sie ist nicht mein Vater. Sie ist nicht mein Vater? Nein. Warum macht sie das Gesicht? Was macht ihr, dann? Ich bin nur ein estranger. Sie mistook für ihr Vater. Sie wollen mich mit ihr zu kommen, um ihn zu finden. Okay, ich bin gespannt. Was? Nein, ich würde nie. Ist es hier? Wo ist sie? Wo ist sie? Wie renne ich denn hier eigentlich? Vielleicht mal eine Haltestelle? Oder was macht ihr so einen Traum? Was? Was? Das war der Tag. Das war der Tag. Und dann würde ich mal sagen, ich spiele jetzt einfach weiter. Aber leg das dann in eine andere Folge. Damit das nicht zu große Files werden. Weil die ja immer noch nicht mit dem Glasfaserkabel da waren. Okay, ciao.